die ausrüstung sind abgeschlossen weiter geht es jetzt mit den vorbereitungen der verbreitung heißt ja dann noch mal aber kurz ich muss von munition kaufen und hat so kommen okay für mich ich bin bereit okay kennt sie mal nicht so typ mit der mit der dass er so wie so ein kinderzimmer oder so aufgebaut hat gehört er dazu dazu auf lassen mitspielen jetzt kann die große scheiße baut dann kann man immer noch ausschmeißen probieren was einfach ist egal jetzt ja gut oder wir können auch ausschmeißen ja wir probieren es einfach vielleicht haben wir ja glück vom level her müsste ja gut sein offensichtlich sagt nicht alles ich bin auch gut und ich bin der 59 was na ja schon mal mit einem wagen oder lieber mit zwei ich glaube einer macht drei reicht oder das glaube ich alle haben ja doch alles gleich erzielt wenn man natürlich zwei verschiedene drei verschiedene ziel hätten würden wir schon die mehrere autos zu machen dann dass ich mir das aufstehen ich habe den kohle ich habe den komo dabei also der gepanzerte ausgepackt ein karten und packen wir da ein wir brauchen eh kein gepanzertes fahrzeug diesbezüglich meinst du nicht wollen wir dafür das glück mehr haben nö also der kommt ja mit mir hin ja ok der kommt schon mal mit das ist schon mal ja wer möchte cabrio fahren ne da geht man die frisur immer so kaputt ich gehe fahrig ja kommt das doch mitnehmen also warte mal ab also gesagt vielleicht haben wir auch wieder mal einbekommen der gute jetzt vielleicht ist auch wir werden sehen einfach wie gesagt wenn er mit schon dabei ist dann kann man auch mitnehmen ja auch wenn er nicht zur gruppe gehört ich bin ja auch mal nicht schlecht ab warte ich bin ja zwölf kilometer fahren aber ich glaube der werde nicht antwort soll ich hier ist die andere richtung die polizeiwache wir müssen wir müssen aber zum flughafen los santos na ja die polizeiwache gefahren können und hätte nämlich die mitnehmen können ja das ist ja möglich wo genießt man hier dann die wunderschöne frische lucht jetzt auf der brücke ist die sterben wunderschöne wasser war weg das war das jetzt gerade da ich war scheiß so nah dass ich es ja weil ich dann steht das in wasser also wasserfontäne meinst du ja und die habe ich ganz leicht getroffen ich weiß auch noch wie bei tq1 soll zu sein da unmengen gab immer ja oder bei anegrund war das auch so mit der wasserfontäne wenn du da gegen die wassermassen geknallt bist in die fontäne zu kurve als auch gespielt also kurz zwei ja doch aber auch eigentlich aber irgendwann dann aufgehört der q2 das finde ich ein bisschen zu viel mit boot und flugzeug ja es ist so viel rennen die rennen man teilweise auch eine stunde lang oder so 50 kilometer rennen also da nur gerade ausfasst wir haben sondergrün unseres ist kirschgrün wer da was geworfen der neuer schön alles auf den schieben dass ich nicht verteidigen kann doch das war ja jetzt wirklich in dem fall war das wirklich das sind hinter mir ich weiß nicht ich bin total lieb ja da sehe ich jemanden ich weiß nicht ja 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 genau fällt ja gar nichts auf ne ist ja nun ist ja nun tränen die polizisten bitte passen wir uns mal oh man Wir werden alle versuchen und aufsteigen. Voll synchron, ne? Fällt ja gar nicht auf, ne? So, Achtung! Gegner in Anmarsch. Nö, gleich wird's dunkel. Ja, stockdunkel. Geil. Oh, yes. Oh, Baggy. Und das ist halt das, was ich am meisten hier ausse. Ah, und das pass ich auf, wenn du nicht weißt, wo die Gegner sind. Wo du warten musst. Nö, mach doch einfach das Ding und lass dich dann. Ich war einfach zwei Sekunden tot, was ist das? Steuerkreuz links. Ja, wenn du zielst in der Steuerkreuz links. Ah, toll. Wenn du das eingebaut hast. Na toll. Der Fuchs hat's verkackt. Ja. Ich krieg mir dieses Geld. Wow. Ich bin begeistert. Du kostest aber auch. Was? Ja. Ich teile hier die ganze Mission. Ich teile hier die Kosten. Nee. Du kannst nicht mal. Glaub mal nicht. Ich hab die heiß noch als Horst. Du kriegst nichts. Ich teile mir einfach mit Vanessa alles. Wo hast du denn mit Novi? Ja, genau. Schubst mich da raus, Crazy Wolf. Da war ich jetzt am beiden Standplatz. Ich kriege hier auf's. Habe ich? Ich hab schon, ich hab schon. Der ist weg? Ja, ich bin tot. Nein. Ich weiß nicht, woher. Ich hab den Gegner nicht gesehen. man darf nicht so schnell vorpushen ich bin nicht vorgepuscht so eben da wo ich mich der ersten gestellt hat sich dann der crazy wegen gesteckt werden sie wohlfing gestellt und der habe ich dann weg und ich war mal frei ein kill aber egal hat es gut ihr müsst im gegensatz zur normalen heißt sich alles machen wir machen von anrua den teil also sie ein bisschen die du gemacht hast mit 45 minuten mit roben und vanessa finale das kommt das nächste woche also nächste woche bin ich ja wie gesagt sonntag gar nicht da samsack jetzt aber ich habe ich schon mal ich war bei mir jetzt nicht weil wir sagen können dass einer da wir ich würde dann geschaffen ich weiß ja nicht wo immer noch eine hohe schießt mich einer an doch jetzt da und jetzt ist auch immer einer bei mir war ein doch noch bei einem von euch ist doch jemand von mir oben rechts steht doch was ich sehe es noch nicht wo er wollte er war keine gegner mehr ich muss auch entdeckung mensch auf einmal hat er so viele gespons ja das war genau das mein problem die sieht man gar nicht so richtig ideal für bleiben einfach da am besten stehen wo wir gerade waren das ja vielleicht jedenfalls ich hoffe dass wir jetzt hier noch mal ein check von haben dass wir die zweite welle noch mal machen müssen und wenn man doch beenden gedrückt ist richtig gesehen habe dass der volume aber der hat das gut gemacht eigentlich ganz nicht gemacht bis zu dem zeitpunkt hat er ist ja fertig hat am meisten kritisch bei akt 2 ja die sind wir zu dritten das richtig aufgehört ok schade aber ok danke fürs mitmachen obwohl er kommt aus frankreich der kann nur französisch schmerz ist und ja genau geht er welcher ich habe mich aber eher wie die gegner uns sehen können wahrscheinlich genauso wie wir sie gar nicht nur wenn das mit dem raketen ist vielleicht im dunkeln nicht ganz so kritisch diese gut vor allem wenn du da vorne von dem jet stehst nur so nebenbei jetzt einmal noch verreicht direkt ich wollte auch mal gekommen wirklich noch mit raketen schießen was wirklich sicher ist weil nein nein ich wollte ein bisschen zeichen sitzt alles gut ja das zeichen habe ich gerade gesehen was zu setzen und das ist gestorben das super zeichen na denn auf ein neues zum hundert mal kann man hier nicht eigentlich ganz frei ist doch ich habe gerade die verpeilte ging wie gesagt ich muss sich ausgerüstet sein du musst einfach nur die rechte tasche drücken ach so ist das besser hast du die ganze ohne gespielt ja der ganze zeit mit der waffentaschenlampe geschützt gezockt das ist natürlich einfacher dann also immer diese raketen einig ich schieße sich mit raketen oder was ja der fuchs der fuchs stanz wieder aus der reihe ich bin mir mal erstmal snacks ein bisschen ich sehe nicht hier wo bist du da bist du da ist einer haben da muss doch immer einer sein da oben so etwas auf bitte deswegen kann ich weiß wie ich mal wie die zum drei gottes haben die mich gesehen es geht doch gar nicht die tür war stärker zu ja aber leider nicht genug zu ich sag gesichter das ist nicht ohne muss man sagen also wenn man zu zweit oder alleine ist dann ist man tot ich habe diese mission einmal zu zweit durchgemacht ich werde jetzt ganz alleine oder irgendwie hilfe und dann und dann auch völlig meine maus und nix oh gott ach man ja 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 Ok, jetzt mach ich nen anderen Plan aus. Mann! Jetzt reich es. Jetzt reich es. Wolltest du immer so früh pushen? Nein, ich wollte eigentlich die oberen zunächst nehmen. Egal, auf ein neues. Boah! Na, auf ein neues. Tom? Hundertmal. Oh, das ist jetzt weggekommen. So, Vian, was machst du? Ich mache nichts mit der Lenkrakete. Wer schmeißt, wer wüftet mit Lenkraketen? Ich nicht. Ich habe es nicht gemacht. Ich bin nicht gestorben. Nein, aber irgendeiner schießt doch mit Raketen um sich rum. Ich habe gerade mit zwei mit einer Rakete geschossen. Das stimmt. Ach so. Da ist schon keiner von euch mal weit und breit. Ich bin übrigens auch nicht gestorben, sondern du. Ich mache jetzt was anderes. Stirbt. Ja, stirbst früher. Ja. Ja. Tolle Taktik. Kann man auch so um alle auslegen. Sollen wir das Ding mal auch leicht spielen? Damit wir am wenigsten zwei Team leben. Ja, Mann. Bei den einen Feinds fondieren wir ja immer. So. Jo. Ja, genau. Nimm mir meine Taktik weg. Mein Ding weg. Und jetzt. Dann habe ich ihn nieder. Ja, du hast mir meinen Stand mein Ding weggenommen. Mein Schützpunkt. Weil ich genau da normalerweise dahinten hingehe. Du bist halt mit drin. Und ich hatte fast kein Leben mehr. Weil von links und von rechts alles kam. Ach Gott. Schade, dass nicht davon zwei gibt, sonst hätte man gesagt einer geht links, einer geht rechts. Ja, ist gut. Das wäre natürlich ein bisschen einfacher, ne? Ja. Du bist da rechts, bist du relativ gut geschützt. Das ist es halt einfach. Einigermaßen so, dass die nicht sich so anvisieren... Du hast zumindest die Möglichkeit oben und links erstmal was wegzuschießen. Aber das ist auch schlimmer. Das habe ich damit gemeint. Das wollte ich damit sagen. Genau. So machen wir es dann anders. Kev, vielleicht gehst du da mal. Geh mal. Ja, das könnte ich mir da fast so viel zeigen. Geh mal so. Hier, hier. Die Backup-Generators sind auf den Gantries. Okay, Leute. Geh da und schau sie auf. Geh da hin und schau sie auf. Steine nach links. Das ist der schnellste Weg zu den Backup-Generators. Kein Gegner, he. da bin ich jetzt kämpfen, wenn du mich suchst, ne. Alles gut. aber nichts was wir gegner da ist da oben links ist auch noch einer da bist du dann habe ich auch ich habe noch keine keelzeiter bei mir alle nicht verrecken habe ich auch da ist noch einer da kann man doch eh noch mehr von oben da war da war ja den habe ich auch schon auch wie sie geliebte wird immer noch mal zurück kurz kriegt kein gegner momentan der waffe wieder verkackt ich war jetzt ein stück weiter ja ich auch oder wir wir waren zu meiner zweiten welle jetzt du solltest der beste sein verflößer du solltest das alleine machen und eigentlich sollte ich mich sollte ich mal zugucken bitte aber ich sehe momentan wie es man es nicht macht ins offene messer zu laufen ja keine ahnung ich würde so probleme auf einmal sport über dir neben dir unter dir in die ja teilweise macht das jetzt mal so wieder wie gerade also beim letzten bitte auf bis auf das sterben ja nein aber so dass ich mich so verstecke dass bisschen so ich gehe jetzt mal da oh das ging aber was ich gehe jetzt mal nicht imende es geht okay also so so ich bin tot wieder diese zwei typen oben rechts ich will da nur raus weil ich die auf der karte sehe und auf einmal stehst du dann ist der headshot der hat mir direkt mit gedrückt keine chance war so lange wie er da halt zur stellung hat kann ich jetzt so langsam hoch habe ich da alles gut ich wollte verstehen ich wollte mich rechts freimachen also da die zwei typen die dann am ende noch da oben stehen noch katze ich glaube der hat kein hunger jetzt aber nur gechillt gerade der kuschel jetzt bei mir hier so ich bin sehr karabiner schrei noch so laut lästert das macht du mal die der rechtsarbeit letzter der kann noch nicht erhalte halt darum ja wenn er uns jetzt dann kann er doch die arbeit machen so jetzt kann ich hier stehen bleiben weil ich glaube für die zwei oben rechts kommt und ich muss erst mal noch kurz hier unten die sind die verstärkung abschalten ja ich kann nämlich das hochgehen kann ich kann nicht raus weil ich kann hier nichts machen von der seite hier oben habe ich noch mal weg geschossen da müssen auch meine rechts bei dir sein ich kriege aber auch nichts auf dem visier da müssen wir doch nichts sein oder da oben gesagt geradezu links von mir jetzt habe ich schon noch eine geachtung ja wie gesagt das ist hat um recht und ich kann nichts machen kann ich auch nicht raus aus der geschichte nicht hier aus bin gehe dann kriege ich bin ich tot mit dem katz noch voller energie und alles aber einer brennt dahinten sehr gut nicht weiter fortgehen gleich kommt die verstärkung von oben ja ja ich kann nichts machen weil ich bin ich bin tot das war die verstärkung ich sehe die nicht aber die sind mich irgendwie ich wollte gerade für das text fressen ich habe sechs gerade reinballern und was hat er dann nicht mause gemacht ja das war verrat habt könnt ihr fahrt hast nachher snack konsumieren okay gut zu wissen die war davon mal schon die zwei drei mann über mir und die haben mich direkt gemacht ja ich würde empfehlen wenn das wenn wir unten relativ regiert haben dass ihr halt versucht zu mir zu kommen dann ich will links dass man da die hütte als verteidigung hat so als schutzschild kann man sagen man ja um zu hier jenna ich es ich 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 Hold'em off! Here, here! The backup generators are up on the gantries. Okay, people, get up there and turn them on. Stairs to the south, that's your quickest route to the backup generators. Get up there! Get that power back on! Look out! Stop! Ah! Snack nach Essen! Okay. Snacks essen mit Steuerkreuz hoch übrigens. Genau, wie man hier verratet hat. So, hier scheint relativ clear zu sein. Hier rüber? Hör ich, hab ich, hab ich! Na, ich wollte gerade alles so mit meinem Wärmevisier-Teil schauen! so rechts ich bin bei dir ich bin jetzt herausgekommen ist allerdings ja unten hinterm gebäude und ich höre jetzt hochgekommen ist noch ein gegner glaube ich ja ja alles gut ich habe hier ich bin oben jetzt mittlerweile ja am besten da rein ich glaube hier unten erst mal ja stopp nicht bei jetzt glaube ich die verstärkung an ja das ist gar nicht so das ist gar nicht so eine doofe idee tatsächlich hat sich hier reinzustellen und b mit den ganzen sexen kurzwald das habe ich wirklich nie gesehen das gibt es auch erst seit neuesten als natürlich ist das wahrscheinlich schon eine weile trenne aber über mir muss noch irgendwas sein ist es noch nicht soll eben ich sehe den nicht wo der ist so den den du wahrscheinlich anschließen möchtest ist tot ja über mir muss einer sein aber ich weiß nicht wo der dominik bei euch in der eurer richtung wo ich jetzt ziele da ist einer ja ich sehe ihn ich bin auf schuss reichweite er muss nur noch wieder aufstehen hast du ihn ausgeknipst noch nicht hier oben habe ich einen weg ich habe zwei weg jetzt nicht großartig hier hinten ist neu aber links von das ist der muss einer bei mir bei mir ist einer noch jawoll nur schon mal gegarten hier sind gerade keine ich bin zu euch kommen wir haben keine gegner ich glaube ich mache weiter dann bleibe ich hier unten dann bleibe ich hier unten aber ja dann gehst du schon oben der links ah gottse dank wir haben uns jetzt besser noch die reihe und jetzt ganz schnell gleich weg da wartet nein nein steigt das gut ja das ist ich muss ich fliege jetzt jetzt ich glaube das war der entscheidende kniff zu sagen bevor die verstärkung kommt darüber zu gehen das war der richtige weg war ja 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 ich war eben jetzt bin ich drin so das heißt wenn du richtig drin bist ja warte mit gestartet jetzt bin ich da abflug hinter mir geht darf ich jetzt hinsetzen so der braucht ein bisschen luft weil das schwierige an dieser ganze sache ist man darf halt nicht zu hoch fliegen wegen radarerfassung oder was für ein Mist was sieht denn ja du kannst glaube ich auch das geschützt wünschen ich weiß habe ich schon gefunden naja das ist jetzt hier der zweiteinfachste teil der mission ganz das schlimmste haben wir bestanden oh ja ja aber bumm wo muss man eigentlich der mensch abgehen am ab da wo er ja aber ja aber ja aber ja 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 was passiert eigentlich wenn du zu hoch fliegt ja na dann erfasst uns irgendeinen scheiß und dann werden wir eliminiert ja 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 wirst du schießen wenn wir die teil wenn die töten ist die mission vorbei heute war es schön dass das nicht als ablageort gezählt wird glück gehabt weil ich genau da hingeschossen wo die stehen wer da noch geschossen ist doch durchgegangen nur wie letzter ist das klar der war glaube ich am meisten gestorben ich mache das jetzt anders stirbt noch fünf haben wir da gar nicht in rente geht bei noch 7 du denkst jetzt schon an rente natürlich ich denke schon wie kann ich den bus schon mal spitzig machen ich glaube dann würde kämpfen mich eher aufsuchen und dann mich erledigen wenn ich jürgen muss von ihm schmutzung du kannst mich mal du kannst selber wischen danach gut und dann geht es weiter bei dann beim nächsten mal ja ja Untertitelung des ZDF, 2020